Ich grüße dich, hier ist Aki Hoffmann. Schau mal, diesen Arm, der ist gerade ein bisschen ermüdet, denn ich hatte das vorherige Stück, da habe ich ihn nur so ein bisschen überbelastet, meinen rechten Arm. Und dann dachte ich, ich möchte aber trotzdem noch in meinem Flow bleiben und noch ein Stück aufnehmen. Und dann habe ich einfach, die haben mir gesagt, ja, dann spiel doch was für die linke Hand alleine. Und dann habe ich meinen rechten Arm hier oben hingelegt und mit der linken Hand ein Stück improvisiert. Und dieses Stück, ich nenne es jetzt mal Ricciercar, das kommt von dem italienischen Ricciercare, Suchen. Und das war in der Barockzeit und vorher ein übliches Stück, wo man eben, was noch nie so auskomponiert war, wo eben das Wort Suchen recht gut reinpasst. Also ich suche von Motiv zu Motiv und bewege mich von A nach B, von B nach C. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören und bis bald.